Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Stardew Valley. Spontan wurde sich gerade so ein bisschen umentschieden. Eigentlich sollte Zelda laufen, aber alles funktioniert. Die Technik funktioniert nicht. Es ist immer die Technik. Es ist zwar nicht meine Technik, die nicht funktioniert, sondern gefühlt eigentlich die Technik von Twitch, die gerade nicht so funktioniert. Aber okay, wir kriegen das auch mal hin. Dafür gibt es jetzt Stardew Valley, weil das passt einfach und das kann man immer spielen. Habe ich noch Pizza hier? Was sagt unser Baby? Unser Baby sagt gar nichts. Tiefer schläft. Okay. Was ist unser Ziel? Also ich habe mir jetzt folgendes überlegt. Wir sind ja jetzt erst im 9. Dezember. 9. Winter. Ich werde bis zum ersten Pröding spielen. Habe ich mir überlegt. Einfach, das nehmen wir jetzt mit, den ersten Frühling. Die Bewertung vom Großvater und dann Ende. Ich habe dieses Rezept im Ausland gelernt. Viel Spaß damit. Was habe ich? Es ist ein paar Mahlzeiten. Und dann werden wir den Part, das Let's Play so gesehen beenden. Ich muss ja noch meine Steine vollkriegen. Nee, quatsch. Doch. Und natürlich auch das Geld. Das, was wir brauchen an Geld. Also ich denke mal, bis zum ersten Frühlingstag werden wir noch halt dran sitzen. Aber Stardew Valley ist auch ein schönes Spiel. Damit können wir auch sehr viel machen. Und dann läuft das. Nicht verzagen. Einfach machen. Vielleicht hat das auch was Positives, dass ich jetzt nicht Zelda spielen kann. Dann schaffe ich es vielleicht irgendwann mal, mir nochmal so ein Gameplay anzugucken. Damit ich weiß, wie es weitergeht. Dann spule ich einfach so weit vor, wie ich gekommen bin. Und dann schaue ich mal, wie das Leute machen mit mehr Skill. Aber eigentlich will ich das auch gar nicht machen. Eigentlich will ich nicht so vorspulen, beziehungsweise mir dazu ein Let's Play angucken. Ich will es schon irgendwie alleine schaffen. So, mit Kauken und Trompeten einfach irgendwie durchkommen. Das macht ja auch der Reiz an dem Ganzen aus. Dino! Ach ja, ein Bob. Also Bob. Müssen wir uns hier noch um die Tiere kümmern? Mäh! Eine Muck, eine Mäh! Wir brauchen immer noch einen Namen für eine Ziege und eine Kuh. Gar nicht für Kuh. Für Ziege und Schaf. Kommen wir schon auf die Kuh. Wie komme ich denn auf eine Kuh? Haben wir das Schwein eigentlich benannt? Ich weiß das gar nicht. Aber passt schon. Hat heute irgendwer Geburtstag? Ich gehe nochmal rein, lunzen und dann schauen wir mal. Hat irgendwer Geburtstag? Morgen hat Sebastian Geburtstag. Morgen hat Sebastian Geburtstag. Morgen hat Sebastian Geburtstag. Und mich? Ach, was sollt ihr jetzt? Wir haben gut hier. Pam, meine Zuckerpuppe. Nimm ich mit. Ach, Lilly, kennst du schon das Kino in Stardew Valley? Ich weiß gar nicht, ob sie noch da ist, aber... Wir haben ja im letzten Part das Kino freigeschaltet. Im letzten Part oder im Part davor? Auf jeden Fall noch nicht so lange her. Das Jute Kino. Jetzt gehen wir mal wieder Steine fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir überhaupt brauchen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge. Das weiß ich. Ach, die Nervenlegen. Kommt her, wenn ihr was wollt. Da ist ein Loch. Ja, jump, jump. Rein ins Loch. Vier Ebenen runtergefallen. Huff. Aber das kriegen wir hin. Habe ich dieses Dreck sich doch schon wieder aufgestellt? Wieso? Wieso knabbern die immer an mir? Oh, noch ein Schacht. Nochmal vier Ebenen. Lohnt sich. Dann schauen wir mal. Ob wir was Schönes finden. Ah, eine Träne. Die können wir gleich behalten. Die gefrorenen Tränen mag Sebastian ganz gerne. Die kann er denn morgen gleich kriegen. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir vom Großvater eine gute Bewertung kriegen. Was ist denn das heute für ein Glück? Sag mal. Ein Loch nach dem anderen. Fünf Ebenen. Ne? Und jetzt im Prinzip 90 Treppen haben und dann einfach ab dafür. Das wäre so cool. Das wäre so cool. Ich wollte gerade sagen, da fliegt was. Ah gut, da geht's runter. Machen wir mal mit. Oh, ich mag die Musik einfach. Aber wir finden keine großen Steine. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Das macht mir etwas Sorgen. Okay. Ich meine, die kleinen Steine hier sind auch vollkommen in Ordnung. Ah, ich sehe doch da unten schon wieder eine Mumie rumgelaufen. Dann hauen wir doch ab. Ach, so komischer Blüder. Rimm, den kann ich nicht mehr brauchen. Ah. Monsterjagdziel erreicht. Schau bei Gil vorbei. Machen wir mal bei Gelegenheit. Aber was ist denn für ein Ziel? Ich meine, wir müssen Schleime töten und tausend Dinge. Aber schön, dass die Bescheid sagen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Richtig. Ich muss sagen, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, immer am ersten Tag reinzukommen. Uh, eine Bombe. Hat eine Bombe für mich. Ich hätte gedacht, da wäre was. Ich hätte gedacht, da wäre was. Aber okay, den hat nicht. Haben wir den Ausgang schon gefunden und ich bin einfach nur weitergelaufen? Naja, eine Treppe ist jetzt nicht sehr viel, ne? Tatsächlich, warum laufe ich denn weiter? Da habe ich mal ein bisschen Krach gemacht und schon kommen die ganzen Steime auf mich zu. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Komm, ich gebe dir mal ein bisschen mehr Freiheit hier. Ein bisschen mehr Freiheit für dich, damit du fliegen kannst. Niemals, ihr Schleiner. Ich kriege es. Ich hoffe mal, der nimmt viel mit. Ja, ging. Ging, ging. Ein Granatapfel-Setzling. Echt jetzt? Was soll's? Pflanzen wir den einfach, einfach bei uns in Dings, weil wir haben ja, wir haben ja im Gewächshaus ja noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Platz, meine ich. Keine Zeit. Platz. Okay, wir haben 200. Das reicht mir für den ersten Tag. Das sind immerhin zwei Treppen, die wir bauen können. Und ich muss erst mal gucken, wie viele Treppen wir eigentlich schon überhaupt haben. Mine verlassen und das gerade rechtzeitig. Ha! Genatzt. Den können wir nämlich auch hoch in die Mine fahren und dann, ähm, Platz habe ich noch. Und, ähm, mal gucken, was der Gil für uns hat. Eigentlich müsste ich mir mal angewöhnen, halt auch die Hacke mitzunehmen, aber... Nö. Können wir vielleicht den Ring verkaufen? Das wäre sehr cool. Ach, warum hast du denn jetzt Bombe gehört? Ich wollte ja die kleinen Bomben gar nicht mehr bauen. Hi! Kann ich das verkaufen? Okay. Wenn du einen Gegner siehst, explodiert er. Aber stirbt er denn nicht so oder so? Jetzt bin ich durcheinander. Äh. Wir machen das mal so und gehen gleich nochmal ganz kurz in die Mine. Also hier in einer der kleinen, kleinere Minen, weil... Das will ich jetzt sehen. Ich meine, da ja einen Gegner zu besiegen, wird ja relativ einfach. Manche one-shotten wir ja schon. Was war das denn? Guck mal her hier. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie geil. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, die explodieren wirklich. ob die vielleicht dann auch so die denn mitreißen. Also wenn so so ein Schleimbatzen ist, dass der dann kaputt geht und dann vielleicht die kleinen mitnimmt oder halt, wenn der eine kleine stirbt. ein bisschen, äh... er reißt hier auch mit das ist so cool die frage ist was nämlich denn lege ich dafür weg ich glaube ich nehme den wirklich lasst dann den leuchten weg weil wir haben ja eigentlich so keine dunklen ebenen in dem anderen gebiet in der anderen mine einfach mal so konsequent hier machen ja 155 so ganz kurz überlegen so die wird verkauft die wird verkauft 123 den anderen behalten dann packen wir noch den setzling rein ja okay hier wird sitzen ja hier wird es dunkel kann der da hinten wachsen wie gut ist das bitteschön das ist so genial dann explodieren die einfach wie cool ist das denn du nicht da kommt der leuchttring weg ich bin interessiert unser baby ist auch nur am schlafen ich nehme das hier mal raus ich habe eindeutig zu viel kram hier und stecke das leben lebenselektier doch mal hier hin jetzt habe ich aber gar nicht geguckt wie viele treppen ich bereits habe ist aber glaube ich auch egal morgen wird es schneien oh yeah jetzt kannst du die ja 8000 wie gesagt also an tagen wo wir nichts ernten wirklich von unserem gewächshaus machen wir kein großes geld wo ist denn unser boy ah evan hat uns brot geschickt sehr schön ich feiere das gerade ich feiere den neuen ring ist so genial einfach jetzt haben wir ganz geguckt für was wir den eigentlich bekommen wahrscheinlich für diese fliegemonster ja wie cool ja wir müssen noch 70.000 zusammenkriegen das dauert eine weile ich denke man durch die nachtfische vom nachtmarkt können wir vielleicht noch ein bisschen was reißen aber sonst wird es eigentlich doch relativ schwierig unsere tiere es ist mittwoch darf auch nicht vergessen mal zu gucken ob wir noch genug fressen für die haben ich denke schon ich hatte doch erst im herbst aufgefüllt und da hat die ihren dings verloren also ganz ehrlich die fische die leichen ja super oft vielleicht sollte ich mir mal dran überlegen ob ich nicht nur ein paar von diesen teilen baue ach ich bin voll okay was brauche ich für ein oh nein dafür brauche ich holz quatsch stein stein ist mir aber gerade zu wichtig wie viele treppen habe ich denn schon 77 ok ich würde ganz gern was ausprobieren ich meine das sind ja hier auch reife fässer das geht nicht schade als heißt da kein dings hergestellt ist egal so tragisch ist das sollte ich die 40 80 mehr oder weniger investieren ich weiß nicht Ich meine genug. Knapp haben wir noch Holz genug. Aber es geht. Ich meine, das bringt ja auch wieder Geld. Und zur Not, wir brauchen nur 950 und 954 haben wir. Das reicht. Zur Not, ein, zwei Bäume hacken. Stein ist wesentlich wichtiger. Also, wir brauchen noch 23. Hey, ist schön warm hier drin. 950. Ich bin dabei, das Geld zu beschaffen. Kein Ding. Na, du? Hey, lass dich nicht von mir, von deiner Arbeit abhalten, die du zu erledigen hast. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Ich schenke dir das super Geschenk und dann sowas. Sebastian ist jetzt voll. Oh, guckt euch das an. Jetzt fehlen nur noch die hier unten. Was mag denn Pierre so? Ja gut. Dann bringen wir den vielleicht mal ab und zu mal so ein Blümchen. Ich bin so selten halt da. Ach nee, wir gehen im Prinzip da lang. Wir gehen über die Mine, fahren wir dann zur Bushaltestelle und dann los. Ich wollte, wenn wir das nächste Mal, ähm, Geoden aufmachen, können wir ja ihm so ein Ding mitnehmen. Abblümchen und dann ab, Attacke. Ich bin da optimistisch. Ich bin da ganz optimistisch. Das war das Ding. Der macht auch nebenbei die Steine kaputt. Geil. Feier ich. Ich würde das ganz gern an einer Mumie ausprobieren. Und an euch. Ah, der nimmt halt nicht alle mit. Er zerstört halt, äh... Ich weiß gar nicht mehr mit. Nicht alle. es ist so cool einfach wie das einfach alles zerstört wird so können wir auch ein bisschen bomben sparen wie genial es hat uns schon so ein bisschen hart getroffen aber die schleime waren schon immer so ganz fiese märks war noch kein ausgang komm dass hier unten was soll keine licht gegen einen dieser schleime zu kämpfen es ist so unfrei ich brauche nun ich will das jetzt wissen weil ich besiege sie ja so gesehen explodieren die dann ich bin ich bin ich bin ich bin Was für ein Spektakel Also der Magnetring ist auf jeden Fall wichtig Ich esse mal eine Pizza Ich habe ein bisschen Angst, weil mein Leben so low ist Aber dann macht das ja richtig Sinn, die jetzt kaputt zu machen Ich genieße das gerade richtig, es tut mir so leid Aber ich genieße es gerade so richtig Dass die kaputt halt einfach gehen Weil je nachdem, wie die denn halt liegen Kann man damit nicht nebenbei auch noch Schon mal Sachen kaputt machen Na komm her Dann spare ich mir doch hier einfach manchmal so Die Hacke Oh mein Gott, wie gut das einfach ist Jetzt kann da Steine formen losgehen, ey Okay, das war halt nicht so viel Wir sind da bestimmt irgendwo Gegner Alter Gegner Oh nein Ich hab jetzt gedacht Oh fuck Wenn jetzt keine Treppe kommt Ich krieg's auch ohne ab, ey Na ja, komm Das essen wir noch Und dann Attacke Oh, wir sind sogar ein bisschen schneller Ah Also große können sie auch nicht nehmen Gut zu wissen Aber schade Aber cool Hier hätte so eine richtige große Bombe So eine schöne rote auch viel gemacht Aber jetzt fing ich nicht nur gegen den Steinklopf zu klempfen Und kämpfen Komm schon Na gut Der war schnell kaputt Ich hab noch ein bisschen Ach, ich hab noch so viel Energie Und wieder findet sie das Loch nicht Oh, den Ausgang nach unten Ah, Stufe 10 Bei 18 hatten wir, glaube ich, den Samen gekriegt Den Setzling Ja, klar Acht Ebenen Oh, das hat weh Dann gehen wir mal, lieber Na ja, ich kann auf jeden Fall nicht meckern Zwei Treppen Ist halt nicht viel Aber selbst wenn wir täglich zwei Treppen machen Kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter als sonst Es ist ja auch ein bisschen vom Glück abhängig Ob wir zwei Treppen machen oder drei Du kommst rein Du kommst rein Du kommst rein Du, du, du Du, du Du, du Ah, ich hätte noch Brot gehabt Sehe ich, Gott Voll vertan Voll verpeilt das Ganze Ich hätte hier noch Brot gehabt Na, seht ihr Noch 20 Treppen Das heißt, wenn wir jetzt pro Treppe Also pro Tag 200 zusammenkriegen Müssten wir ja eigentlich In zehn Tagen durch sein Klingt nach einem Deal Würde ich mal sagen Und bis dann Kriegen wir auch das mit dem Geld hin Bin ich sicher Ich wollte was für Essen Komm, du kommst mal rein Und dafür kriegst du das Sashimi Das Sashimi bringt leider nicht sehr viel Ah, wie hat er es am 14. Dann Attacke 10.000 Ja gut, nehme ich mit Ist gebunkt Hey, nimm das Pizza Pizza, Pizza Pizza So, das nehmen wir jetzt mal wieder beiseite Und holen dafür Hier raus, die lohnt sich Oh geil, die lohnt sich hier richtig Jetzt 2 4 4 6 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 Ich komme hier unten Irgendwann habe ich denn so viele Von diesen Dingern gesammelt Krass Pilze Katze Pilze dürften wir nicht haben Aber ich guck mal Pilze haben wir nicht Aber müssten nicht mal unsere Erdbeeren wieder soweit sein Vielleicht morgen Die müssten ja wenigstens einmal die Woche kommen, oder? Jetzt können wir auch mal hier nach Dings gucken Ja, 113 haben wir noch Da geht noch was Ah, ich habe vergessen die Dinger zu füllen Aber schöne Entenfeler, die bringt auch wieder gut Geld Was mochte denn Harvey? Wo ist der überhaupt? Der ist weiter hier unten, okay Geliebte Geschenke Ist eingelegtes Gemüse Und Kaffee Das ist aber glaube ich nicht das Problem Ach wohl doch Ich kriege jetzt keinen Kaffee so schnell zusammen So viel Milch Wie viel die auch alle so hier an Milch geben Ey, die gehen wir auch schon fast tagtäglich, ne? Ihre Früchte Äh, ihre Früchte Kann man das so sagen? Ihre Früchte Ich denke schon Das ist der Block Ich glaube ich habe gar keine Kaffeeboden Und ich glaube ich hatte auch Wein reingetan Der dauert ja immer so ewig und drei Tage Was? Die ist noch gar nicht da? Ach komm schon Komm schon Ey, ich glaube ich hole mir mal ganz schnell meine Meine Hacke und dann gucken wir mal Ich meine viermal Würmer Das muss man sich schon mal angucken Vielleicht ist ja ja was Gutes dabei Nop Das war schon mal nix Gutes Och ja, eine Schneekartoffel kann man lassen Da kann man nicht meckern Das hat sich jetzt mal gar nicht gelohnt Also das für das bisschen Ne Aber man weiß halt nie, was da drin ist Es könnte ja sein, dass da irgendwas bei ist Was man noch brauchen kann Darum niemals Nein sagen Das ist ja irgendwas Gutes bei Ja, wir kaufen ein Ticket Also die minus 500 Die tun uns einfach nicht weh Weil das holen wir mit jedem Tag immer rein Die Tiere holen das ja allein schon locker rein Da haben wir immer so um die 2000 Das kam jetzt überraschend mit dem Kriegenviechern Ach, ist das schon wieder so ein Ding, wo alles sein kann In den Schacht springen Ach, vier Ebenen, damit kann ich leben Das ist, das blöde Vieh mich auch immer wieder mitnimmt Und wo sind denn jetzt eigentlich diese blöden Mumien, wenn man sie mal braucht Wenn man sie mal braucht, sind sie nie da Ich weiß, sonst beschwere ich mich immer über diese blöden Mumien Aber ich will halt gucken, ob die auch explodieren Also wenn ich sie ja niederschlage Ob sie denn explodieren Oder ob das Spiel sagt, ja gut, das zählt jetzt nicht Man weiß ja nicht Jetzt wo ich den Ring habe Wieso müssen es eigentlich auch immer Schleime sein? Dass ihr zusammen seid, ist euer Tod Oder meiner Ich muss das halt so immer in die Ecke drängen So gegen, gegen die Wand oder so Dann finde ich es wesentlich einfacher Oh, das muss schon ein Sashimi-Ding essen Was noch nicht mal so Oh, du wirklich? Da hätte ich ja, ohne Witz Dann hätte ich viel lieber die Dings gehabt Das zählt nicht, wenn ich sie kaputt mache Das zählt nicht, wenn ich sie kaputt mache Was für eine miese Sache Ich hätte mir wirklich gewünscht Dass denn, wenn ich halt, äh Die besiege Dass dann halt auch die kaputt gehen Ach, schade Schade, schade Wir müssen aber noch 200 Steine heute noch fertig kriegen Ich habe das Gefühl, halt nur rumzuhören gerade Ach, komm schon Das ist unfair Also das Sashimi bringt ja mal Einfach mal gar nichts zu Schön, dass wir darüber gewählt haben Ich gebe mir jetzt nochmal den Dann bin ich erstens einen Ticken schneller Und meine Energie ist Meine Gesundheit Nicht meine Energie Meine Gesundheit ist links mal Schön stark oben Ja, das hat sich gelohnt Alles putt machen Was nicht tut Oh, das Das muss ich leider machen Das hat mich jetzt doch ein bisschen zu sehr gereizt Mehr als es eigentlich sollte Ja, und noch mehr Essen für mich Gibt mir all das gute Essen Was? Eine prismatische Scherbe Wie geil Ja, geil Das ist schon schneidig Ich glaube, die heb ich sogar auf Die prismatische Scherbe Obwohl ich die gar nicht mehr brauche Das ist aber bestimmt auch ein kleines Vermögen Hallo, Ador Schön, dass du da bist Wie geht's hier? Wir haben einen super coolen Ring bekommen Ich sag's dir Er ist so schön Er ist einfach genial Das freut mich Eigentlich sollte ja heute Zelda laufen Link to the past Hatte ich ja auch beim letzten Mal angekündigt Aber Lilly konnte nicht runterskalieren Und das ist dann echt scheiße Sie hätte den Stream gar nicht gucken können Ich bin heute in den Test Ach ja, sind deine Komponenten angekommen? Ein blauer Cowboyhut Genau das, was ich gebraucht habe Ich bin ein Kau-Girl Wieso kriege ich auf einmal so viele Klamotten? Ne, meine Weihnachtsmitt ist irgendwie wesentlich cooler Ich zeig dir mal was Ich hab jetzt einen Ring-A drauf Der dafür sorgt, dass wenn ich einen Gegner besiege, die explodieren Das ist so cool Das war ja klar, dass ich mich mitnehme Voll schön Wie geil Das ist richtig cool, oder? Oh, shit Ich find den Ausgang immer wieder nicht Und die Mumien nerven mich nur ganz dezent Ich liebe diesen neuen Ring Aber läufst du bis jetzt gut? Mit deinen neuen Treiber und so Ich hab ja für sowas echt keinen Nerv, ne? Ich bin kein Geduldsmensch, wenn es darum geht Ich weiß, dass sowas unheimlich wichtig ist Aber für sowas hab ich niemals die Geduld Zack Werkarbeiter lecker bist Yeah Ich nehm sie alle mit Es ist so genial, das scheiß Ding Die reißen einfach Nehmen wir noch hier die halbe Die halbe Biene mit ein Wenn ich die kaputt mach Nehmen sie einfach mal gleich ein paar Steine mit Ja, das freut mich Dann drück ich mal Aha Dann drück ich mal die Daumen, dass es auch weiterhin klappt Okay, ich geh glaub ich lieber raus Ich mein, ich hab drei Treppen zusammengekriegt Das ist sehr gut Nimm mir noch ein paar Bomben mit Wie viel brauch ich dafür? Auch 50 Holz Ach, die 50 Holz kriegen wir schnell zusammen Ja, ne? Das erleichtert total Schon deshalb, weil ich bin jetzt schon bei jetzt 83 Treppen Und 100 brauchen wir Das heißt, uns fehlt nur noch 17 Also 1700 Steine noch farmen Und das sind quasi noch neun Tage Du nicht, du nicht, du nicht Und nur prismatisch Oh, die können wir sogar jetzt spenden Geil Das sag ich doch nicht schneiden dazu Ich überleg grad Ja doch, das machen wir Wir nehmen mal hier die Geoden Wir gehen morgen zum Zum Schmied Und machen hier Dings Was auch noch was fehlt? Und spenden denn die Geode Dann nehmen wir noch Ein Blümelein mit Okay, ich brauch auf jeden Fall eine neue Kiste Somit nehm ich dann auch mal die Axt mit morgen Und hacken noch ein bisschen Holz Hallo Max Schön, dass du da bist Wie geht's dir? Wie ist es in Spanien? Wie ist die Lage? Erzähl Spuck's aus Lebst du noch? Darfst du noch rausgehen? Die Iridium-Baren geben viel Und die Gold-Baren haben mir sehr viel gegeben Wir kommen bald auf unseren Betrag Den wir brauchen Ich hab aber gesagt Ich spiel jetzt noch bis zum ersten Frühling Es wird ein wunderschöner sonniger Tag Gib mir einen Kuss Kiefer schläft Liebst du noch? Ja, darauf hat gar keiner Bock Ich glaub's mir Darauf hat gar keiner Bock Das einzige, was man machen kann Ist sich halt an den Vorgaben halten Die man machen soll Und hoffen, dass es halt bald mal vorbei ist Wir können heute ins Kino gehen Was haltet ihr davon? Wir gehen ins Kino Aber jetzt hab ich die eine Seite nicht geöffnet Pferdbeeren vor sie bin Und blau werden Ja, so in zwölf Jahren oder so Dann ist Corona auch vorbei Entweder das Oder wir sterben vorher alle an Corona Eins von beiden Du warst heute beim Friseur Wie läuft das denn überhaupt ab? Weil ich denke mal Die müssen alle Masken tragen Nur du als Kunde kannst ja schlecht eine Maske tragen Die behindert ja beim Schneiden Erzähl mal Wie läuft das ab? Ich glaub ich geh erstmal hier Ich kann mir das gar nicht vorstellen Wie das ablaufen soll Ich mein die Friseure und so Die können ja Masken tragen Aber man selber ja gar nicht Ich werd auch ganz gern zum Friseur Ich werd auch ganz gern mal mir wieder Haare schneiden lassen Weil ich merk das immer Max, du hast doch bestimmt auch noch lange Haare, oder? Du meintest doch mal Du hast schon fast längere Haare als ich Hallo Mina Wie geht's dir? Schön, dass du da bist Ich merk das halt immer beim Haare waschen Wie schwer, wenn deine Haare nass sind Wie schwer die Haare werden einfach Das ist gefühlt Ähm Manchmal so Als würde mir ein Kilo an den Haaren hängen Was mich so runterzieht Es ist super nervtöten Auch mir geht's ganz gut Ich kann nicht meckern Aber schlechten Menschen geht's immer gut Also was soll ich dazu sagen Jetzt hab ich schon wieder vergessen Das zu machen So Ich muss jetzt mal ganz kurz austappen Ich will wissen, wen ich zum Kino einladen kann Ähm Stardew Valley Kino So, wir haben Winter zweites Jahr, ne? Den könnten wir dann einladen Von den Leuten, die nur ein Herz haben Show die Evelyn zum Beispiel Wie weit ist Evelyn? Evelyn hat drei Komm, wir laden Evelyn ein Dafür brauch ich denn drei Nee 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 Okay Wow Echt so krass Hände desinfizieren Zum Platz gehen Namen, Telefonnummer hinterlassen Dann Maske abnehmen Und dann Du bekommst eine neue Oh Ah, ich komm einfach nicht ran Wenn ich nur aus diesem verdammten Stuhl aufstehen könnte Das ist schon krass Danke, Fräulein Oh, es war vor 30 Jahren Ich habe in den Kohlenminen gearbeitet Wir waren kurz vor dem Ende unserer Schicht Aber ein Spalt musste noch aufgebrochen werden Ich hatte vor, dort ein Stück Dynamit hochzujagen Aber mein Fuß blieb in einem Sprung hängen Und ich ließ es fallen Das Dynamit ist beim Aufprall direkt explodiert Oh nein Das nächste, an das ich mich erinnere Ist, wie ich im Krankenhaus lag Und sie mir sagten Dass ich nie wieder gehen könnte Und das war's Du dachtest wahrscheinlich Dass ich einfach nur zu alt bin Du kannst aber Gift drauf nehmen Dass ich ohne dieses Ohne diesen Unfall Fit wie ein Turnschuh wäre Oh, lass dich knuddeln Das wusste ich zum Beispiel nicht Du warst sehr nett zu mir, Fräulein Ich weiß das zu schätzen Wenn du alt bist, vergisst du ab und an Dass sich Leute um dich sorgen Mein Opa war ein Bauer Es ist ein respektabler Ruf George verbringt den ganzen Tag vor dem Fernseher Ein Film sicher Wir sehen uns im Filmtheater Dann würde ich doch mal sagen Lass uns doch Die Geonen aufbrechen Und dann gehen wir ins Theater 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 Und mal dieses Theater Oh, das ist ja schon krass Was mir da so an eine Prozedur hinter sich bringen muss Wow Was? Wo ist der? Clint? Wieso ist denn der nicht da? Ich hatte noch nie so ein volles Museum Wo steckt der? Wo steckt der? Ich habe doch sonst 08 24 Stunden am Tag da in seiner Bude Aber wir gehen uns den Film anschauen Ja So, was mag denn Emily Evelyn essen? Ah, es ist irgendwie zugig Okay Was für eine andere Auswahl Ich denke, ich nehme die Bonbon-Mayonnaise Ah, so viele Snack-Möglichkeiten Ich versuche das jetzt nochmal mit dem Kran Was wollen wir uns holen? Was? Was passiert? Verdammt Oh, shit Komm, 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 komm Verdammt Das war das Wollte ich nicht Das war das Das ist die reinste Verarsche Jetzt kriege ich dich aber Oh, du Sack Yes Nein Was habe ich denn Deluxe-Baum Als Möbelstück Hat mich auch nur 1500 gekostet Ja Also was hätten wir denn? Wir hätten Panazela-Dingsbums Jojakorn Ich gucke mal Ich gucke mal Was die Evelyn alles so möchte Woher kommen wir denn hin Wo kommen wir denn hin? Ist es wieder der gleiche Film? Ach, das ist wunderbar Ja, okay Es ist immer der gleiche Film Kein Essen mehr Aber ich finde das Eigentlich super gemacht Das mit dem Kino, ne Ich finde die Idee Dahinter Voll gut Evelyn ist absolut begeistert Und genießt ihren Sternkeks Also ich kann euch nur raten Nehmt Ähm Wenn ihr nicht wisst Weiter wisst Stardew Valley Wiki Die sind super hilfreich Auch was das zum Beispiel Mit dem Film angeht Steht da drin Wer welchen Film liebt Und wann welcher Film kommt Das ist super Die Familie ist gerettet Ja Gerettet Der Film ist für heute Abend zu Ende Wir hoffen Ihr Show hat gefallen Voll gut Ah, die wollen nicht mit mir reden Penny führt eine lebhafte Diskussion Um den Film Ne, mit mir Dann halt nicht Aber jetzt können wir mal gucken Wie weit wir bei Evelyn jetzt gekommen sind Evelyn hat immerhin Ein Herz dazu gekriegt Also man kriegt anscheinend Nur ein Herz Für das Kino Hätte ja gedacht Vielleicht ein bisschen mehr Ne Aber das Gas zu hat Das ärgert mich Jetzt habe ich gefühlt Einfach einen Tag verschwendet Der ist immer noch nicht da Wo steckt der überhaupt? Du stöberst durch Clint's Besitztümer Es gibt einen Stapel von Schmiedeschürzen Ein paar Magazine Ein altes Schwert Und ein nettes Bild von seiner Mutter Ach, wie süß Ein Turmband befindet sich darin Die ultimative Blues-Sammlung Vol. 2 Liebe Emily Ich weiß Du hältst mich nur für einen Freund Es ist meine Schuld Ich bin zu schüchtern Ich werde nie den Mut haben Dir die Wahrheit zu erzählen Deshalb schreibe ich dir diesen Brief Den ich aber garantiert Zerknüllen und in die Ecke werfe Oh Er ist voll verliebt In Emily Ich würde mir so wünschen Dass manche Leute hier wirken Ach ne, das ist das Falsche Dass manche Leute hier so Einfach wirklich mal Also die müssen ja kein Happy End Oder sowas kriegen Aber wirklich so eine kleine Liebesgeschichte Wir haben ja schon mitgekriegt Dass der Bürgermeister und Mani Ja was miteinander haben Aber er halt nicht zu ihr steht Das würde ich mir halt anders wünschen Dass irgendwann doch jetzt so Das Event kommt Wenn man bei beiden volle Herzen hat Dass er sagt Mani, ich liebe dich Ich will dich heiraten Ich werde also Bürgermeister zurücktreten Und mit dir auf deiner Hühnerfarm leben Das wäre halt mal richtig cool Das würde mich richtig freuen Aber leider ist das nicht so Er hört mich jetzt richtig mit dem Kind Oh, und die haben Dings gar keine Das Geschenk gar nicht gepackt Das dumm ist Ich wollte doch Pierre Ein Geschenk geben Penny, du warst im Kino Das habe ich gesehen Naja, dann müssen wir halt Die Sachen halt zu Dings bringen Hm, ich muss sagen Der Jojamarkt hat eine viel bessere Auswahl An gefrorene Mahlzeiten Es wäre schön Mir hin und wieder Urlaub zu nehmen Ich handle hauptsächlich mit essbaren Dingen Also verkaufe Erze und Holz besser woanders Das ist wirklich nett von dir Ich mag das Wollte doch nur ein Blümchen schenken Oh, den Katalog Okay, haben wir alles Haben wir alles Haben wir alles Brauchen wir nicht Hm Aber wie hat denn Übermorgen Geburtstag Das war jetzt ein bisschen unglücklich mit Clint Aber da war bestimmt die ganze Zeit Im Im Gemeindehaus Sollen wir es probieren HW mag Kaffee Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo eine Kaffeebohnung Ich weiß nicht, wie lange ein Kaffee braucht Du nötigst fünf Bohnen Für einen Kaffee Okay Habe ich nicht Den kriegt er halt ein Blümchen So Den kriegt Der Clint Quatsch nicht Clint Den kriegt Harvey halt ein Blümchen Wenn er das nicht will Pech Würde ich mal sagen Ich meine, ich kriege von denen überhaupt nichts geschenkt Zum Geburtstag Das ist viel trauriger Ich weiß, ich bin mir nicht mehr Ich bin mir sicher, ob die überhaupt wissen, wann ich Geburtstag habe Du kommst da hin Du kommst weg, du, du Und der Wein Alles tutti, alles fein Sagt der Wein Dann komm, hier nehme ich da jetzt die Klamotten rein Nee, nicht das Angelgerät Oh, wie viele Klamotten ich habe Wieso habe ich so viel davon? Ach ja, unser Busch Unsere Büsch Naja Es ist jetzt nicht schlecht Aber geil ist es halt auch nicht Naja, aber das Das ist echt schwierig Mit dem blöden Kran-Spiel Kran-Spiel Also Kran-Spiel Es gibt immer Einen Bären Kaninchen Küchtiere Die Uhnen Okay Aha, aha, aha 21.000 haben wir gemacht Können wir ja nicht meckern 13 Aber wir werden das Ziel Auf jeden Fall Noch im Winter erreichen Das ist sehr gut Ich meine 30.000 Läuft Das kriegen wir doch hin Die 30.000 Oder was sagt ihr dazu Ich habe eine weitere Herausforderung für dich Fang mir ein Lengdu durch Die geben nicht so schnell auf Aber ich weiß Dass du es schaffen kannst Oh, scheiße Was bin durch? Jetzt muss ich noch gucken Wo ich den blöden Fisch herkriege Oder was Was ist denn das hier für eine Wirtschaft Das liebe ich an Kupfer Der ist so schnell fertig Einfach Haben wir schon die Pilze wieder? Ah, schade Aber keine Pilze Ich liebe diese Katzen Aber Dings ist fertig Also das Gewächshaus ist eins der besten Gimmicks Hier in diesem Spiel Genauso wie die Die Loren Also ohne die wäre ich echt aufgeschmissen Dann hätte ich keinen Bock Jedes mal hoch in die Mine zu laufen Sondern würde mich wirklich mehr Aufs Fischen konzentrieren Ja, das wird bestimmt auch nochmal Dings geben Schön Geld Alles gute Money Bock, bock, bock Bock, bock Also wenn ihr Namen für ein Schaf Und eine Ziege habt Dann raus damit Obwohl, ne Eine Ziege haben wir schon benannt Haben wir alles schon benannt? Ich weiß das gar nicht Ich glaube schon, ne Locker Ja, locker Aber ich wollte halt noch bis zum ersten Frühlingstag spielen Weil da werden wir denn von unserem toten Großvater Benotet Sag ich mal Bewertet Wie wir uns hier Im Stern total Angestrengt haben Oder nicht angestrengt haben Je nachdem Und Das würde ich Ganz gerne Das machen wir noch mit Also Oh, mein Dings geht da kaputt Ich warte jetzt einfach Der kann ruhig kaputt gehen Die Tiere kommen ja im Winter ja eh nicht raus Also es ist auch vollkommen wurscht Ich habe so viel einfach von dem Kram Jetzt gucke ich nochmal nach Steinen 60 Steinen 83 Treppen Okay, noch 17 Treppen Das heißt 1700 Steinen müssen wir noch sammeln Stein, 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 Stein Ich gucke aber ganz kurz Wo ist diesen komischen Längendurch gibt's Winter im Fluss und Bergsee Das ist ja kein Problem Das kriegen wir hin Ich meine, wenn Harvey Geburtstag hat Können wir ja sagen Okay, dann gehen wir halt nicht In die Mine Sondern Gehen fischen Dann machen wir zum Beispiel auch so Geld Dann können wir denn die Fische alle verkaufen Obwohl ich gucke mal, was ich noch für Fische habe In meiner Truhe Ein paar Fische habe ich ja aufgehoben So ist es ja nicht Ein paar Fische habe ich ja auch gehoben Vielleicht habe ich ja Glück Und der Dorsch ist dabei Dann spare ich mir nämlich das Angeln Geil wär's Also 1700 Boah Das klingt immer so viel Aber neun Tage hintereinander Ich glaube es würde auch vollkommen ausreichen Wenn wir nur 95 oder so machen Weil wenn wir relativ früh in die Mine gehen Können wir ja versuchen Ein bisschen runter zu kommen Und dann Wieso habe ich denn schon wieder so eine Dreckskeule hier Und dann finden wir heraus Was halt auf Ebene 100 unten ist Ja, das hat mir jetzt sehr viel gewohnt Ah, ich habe eine Bombe gekriegt immerhin Und der neue Ring ist so cool Aber ich habe keinen Längen durch Weiß ich jetzt schon Aber wir können auch morgen Müssen auch mal zu Mani Ähm Futter holen Ah, komm her hier Liebe ist, dass die explodieren einfach Also die gehen halt nicht kaputt Äh Dazu brauche ich glaube ich eine Steinschleuder oder sowas Ja, 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 ja Komm doch Ich habe dich gehört, mein Freund Ich bin auf dich vorbereitet Komm hier hin Ha Das nenne ich doch mal Glückstreffer Die tun mir auch nicht weh Die blockieren mich einfach Ich dachte, die verletzen mich Wenn ich halt an die dran komme Aber anscheinend doch nicht Voll cool Aber Ado, was hast du denn so Schönes gemacht? Freust du dich denn schon auf das Wochenende? Na komm her, Geist Ein kleiner Quillgeist hier Die Tatsache, dass wir auch halt wirklich einen Geist mit einem Schwert treffen können Ist ja schon wieder so out of context hier So einfach weiter Wochenende Aber wir versuchen, dass Ich habe das jetzt mit Lilly so abgesprochen Wir versuchen das jetzt jedes Mal Äh Mit Zelda, weil das echt scheiße ist Ich weiß aber auch nicht, wo meine technischen Probleme liegen Weil ich der Meinung bin, ich hätte eigentlich gar keine technischen Probleme Aber sie hatte halt einen Delay von 92 Sekunden Das ist eine Menge Sie sind in den Tod gestürzt Tja Shit happens Würde ich mal sagen Shit happens Uh, wir können eine richtig große Bombe jetzt aufzünden Ja, hier ist mal wieder gar nichts Schweinball Warte, wo ist denn Wo ist das komische Ding Okay, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht Ich liebe diese Dinos Die sind so cool Und ich wünschte, dass unser Bob auch so groß werden würde So ein Riesenvieh im Hühnerstall Ich würde das feiern Wahrscheinlich war der Ausgang vorne Ja, ja Ich habe dich gehört Ich hasse dich Ich will, dass du das weißt Ich will ja nicht umfallen Wie beim letzten Mal Ab Acht Ebenen Das hat weh Das hat sich gelohnt Ich bin zwar getroffen worden Aber was ist Das war's ja Verschwindet Aus meinem Leben Ich will euch nicht Kommt mir nicht zu nahe Ihr Passball Bitte lasst die Treppe nach unten hier sein Ach komm Das war jetzt unfair Sehr schön Effizient Die Bombe genutzt Holen wir das nochmal ein bisschen Und da nochmal ein paar von müssen Das ist auch mal eine Bombenstimmung hier Sei mir nicht böses Schleim Aber ich will nichts von dir Du bist ein bisschen zu unattraktiv für mich Ich hoffe, du verstehst das Zum Beispiel ist das auch für mich Also Was womit ich nicht bis anfangen kann Ist halt diese Schleimzucht Ich meine Die sollen wahrscheinlich gutes Geld geben Na komm Komm Oh Und da war noch eine Treppe Oh Den großen nehme ich mit Wie spät ist das? Okay Ja 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 Vielleicht können wir ja morgen Am nächsten ingame Tag Die ganzen Geoden aufbrechen Das wäre sehr cool Ich hätte eigentlich schon das Ding Das Loch mal unten gefunden Aber hier ist noch so ein großer Den will ich mitnehmen Nur weil es mich reizt Und ich immer wissen will Wie weit ich runterkomme Vier Ebenen Ich denke, das war doch auf jeden Fall Eine gute Ein guter Durchlauf Ich meine Wir haben sehr viel Stein gesammelt 370 Das kann sie sehen lassen Das kann sie sehen lassen So Ach Ein Stern total Aber was hast du denn Für das Wochenende So schönes geplant? Wenn du dich schon so auf Das Wochenende freust Wenn du dich schon so auf das Wochenende freust So Ha Und nochmal genug Für eine Treppe Alles rein Was keine Miete zahlt Das haben wir schon Das haben wir schon Okay 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Das nehmen wir nur einmal mit Das Das kommt einmal raus 1, 2, 3, 4, 5 Der Diamanten kommt raus Was machte jetzt HB so ganz gerne Wo ist er denn? Hier Eingelegtes Glas mit eingelegtem Gemüse und halt so Blümchen Oh mir gehen bald die Blümchen aussehe ich Oha Das ist nicht gut Nein, 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 nein Untersteh dich Wenn mir jetzt noch einer sagt Wo ich meine Angel habe Hier ist die Angel Ich habe den ganzen Tag damit verbracht Zu fernsehen Und jetzt fühlen sich meine Beine an Wie weicher Teig Schätze ich muss es morgen langsam angehen Hä? Du hast den ganzen Tag vor der Glotze gehockt Was bist du denn für einer? Alter, ich war in der Mine Und habe erstmal hart geschuftet Blue-Way-Tage Okay Und was schaust du dir an? Hast du denn eine Film-Empfehlung für mich? Also ich würde Schauen wir in letzter Zeit Immer nur noch Let's Plays an Oder so Weil Gefühlt einfach Nichts mehr läuft Ich habe gefühlt Alles schon Was mich interessiert gesehen Wer der Bericht Wunderschöner sonniger Tag Guck mal Biskuit Dann ist auch wieder der Nachtmarkt Ab morgen Reisende Händler Ich habe vergessen Dings rein zu tun Jaja Ich halte Ich muss noch ein Ding fangen Jetzt können wir es ja ein bisschen ruhiger angehen lassen Weil das alles läuft ja nicht weg Die Frage ist Wollen wir morgen in die Mine Oder eher nicht in die Mine Weil wir haben schon 87 Oder wollen wir die drei Tage Wo wir eh Der Nachtmarkt ist Dass wir da Im Prinzip Fischen Ich kann ja in die kleine Mine gehen Die kostet ja nicht so viel Energie Nur ich würde halt jetzt das Geld Vielleicht jetzt nicht unbedingt In die andere Mine Hinten reinstecken Dass wir dann vielleicht eher so In die kleine Mine gehen Da ein bisschen rumgucken Und dann Auf dem Nachtmarkt Den Fischen gehen Und die Fische verkaufen Nur noch 5000 Oh mein Gott Schaut euch das an Nur noch 5000 Dann haben wir es Ist der Nachtmarkt Ich überlege gerade Ist der Nachtmarkt Jetzt ein Etwas Was so Das ist kein Das ist jetzt kein Fest Oder so Ich liebe einfach Dieses schwarze Huhn Das schwarze Huhn Und das blaue Huhn Sind die schönsten Hühner da Das weiße Und das Andere finde ich irgendwie so Das braune finde ich so Mäh Oh stellt euch mal vor Die Hexe würde kommen Und einen so ein Schaf Oder so eine Kuh Oder so Eines der anderen Tiere Verzaubern Das würde ich feiern Das würde ich so was von feiern Stellt euch mal vor So eine schwarze Teufelskuh Dann kannst du wirklich mal sagen Hier Wir haben ein schwarzes Schaf Ne So ein schwarzes Schaf Und dann so schön Gibt dann schwarze Wolle Oder sowas Das wäre so cool Ach verdammt Jetzt habe ich schon wieder vergessen Wie cool Wär das denn? Wir haben nichts Was willst du? Drei Gioden Da rasten die voll aus Voll geil Voll am ausrasten hier So Unser Stöckchen Kommt da hin Die Brille Kommt da rein Und dann schauen wir mal Was wir denn noch Hier so schönes haben Kupfer könnte rein Ja das andere Lohnt sich noch nicht Das sag ich Näh Ach dann kann ich auch Die Kohle rein tun Da sind die voll abgegangen Hier die kleinen Biester Dann holen wir uns mal Hier die Wo ist sie denn? Das Ding raus Und dann gucken wir mal Ob es nicht doch Ungelohnt Nope Nope Nur Platzverschwendung Mal hinten Bei den Fischen Nicht noch So Und die erweitern sich Jetzt hier so auf Auf sieben Obwohl ich mich frage Was wollen Fische Eigentlich mit so Diesen Omnigeoden Ich meine Was haben die denn Davon? Gar nichts Hey Süße Hast du was für mich? Holzzaunen Radieschensalat Ei Mayonnaise Luxuriöses Bücherregal Ja okay Ich hab mir was gegönnt Ich meine Uns fehlen nur noch 7000 Die kriegen wir heute Oder morgen Zusammen Tierbedarf kaufen Ja okay Vielleicht übernommen Ich hab jetzt vielleicht Ein bisschen mit dem Holz Mit dem Heu übertrieben Ah nur ein bisschen Ich meine Wenn wir jetzt Fische fangen Und Hier Noch zweimal In die Mine Oder so Spätestens Ende Dieser Woche Spätestens nächste Woche Sagen wir es mal so Ist das Ding durch Was soll Und meine Tiere Brauchen Futter So Wacht aber auch nochmal so ein Ding Eine Hühnerstatue Dinge die die Leute Nicht brauchen Habe ich denn genug Holz Dann könnte ich vielleicht Noch eine zweite Truhe Noch eine Truhe machen Ja Das reicht noch Für eine Truhe Locker Das reicht auch Im Prinzip denn für Dings Dann stellen wir da Noch eine Truhe rein Für Das Heu Wenn ich immer mal Zu viel Heu kaufe Dann kann da Nehme ich das rein Und das 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 Ich meine Ich hätte ganz gerne Für Animal Crossing Fehlt mir auch noch So ein Bücherregal Ich finde das Bücherregal Voll schön Es ist schon Fast 14 Uhr Und ich habe Nur nichts Geschafft Hier an dem Tag Weil einfach Zehntausend Sachen hier passieren Mal wieder Das hat sich nicht gelohnt Dann aber jetzt mal schnell Zu Harvey Und zu Clint Ich meine oben Im Bergsee Können wir auch noch Fischen Das läuft nicht weg Der Fisch läuft nicht weg Harvey und so schon Schon deshalb Weil ich nie weiß Wo der rum Rumspringt Wo ist der Ach da Harvey sieht Beschäftigt aus Das ist mir egal Hier Ein Geburtstagsgeschenk Das ist sehr nett von dir Ich liebe es Es sieht so schön aus Willi Carveline Ne Die sind ja auch schon Auf acht Hier fehlt Robin Evelyn Gas Ah Mir fehlt auch nur noch einer Dafür Dass ich eigentlich Nichts von dem will Bin ich doch gut weit gekommen Bei dem Das als Tintenkind Bekannte Monster Bringen die elementare Gleichgewicht ins Schwanken Ich wünsche Dass ein Abenteurer In die Minen geht Und einen von diesen Unmenschen Erledigt Ich habe keine Ahnung Was da mit Tintenkind gemeint ist Sorry Und diesen komischen Durchkrieg entweder Im Fluss Oder im Bergsee Jetzt gehen wir aber Erstmal zu Clint Und wehe Der Sack ist nicht da Sag mal Wo warst du letzte Woche? Ich brauche dich doch hier Ich dachte Du willst Geld verdienen Ich glaube Alles haben wir schon Es ist jetzt nichts Dabei Wo ich sage Hm Das könnten wir noch Nicht gespendet haben Wir müssen dann eh gleich Erstmal nach Hause fahren Den ganzen Müll wegbringen Und dann können wir Erst wieder fischen Gefühl vergeht Erstmal eine Ewigkeit Bim Komm Aber vielleicht haben wir Ja voll das Anglerglück Und wir reißen Sofort beim ersten Mal Gleich uns diesen Komischen Fisch Anmangel Ähm Wäre natürlich auch gut Okay Ich glaube Da ist nichts bei Was wir spenden können Aber ich schaue mal Trotzdem Ich schaue mal Trotzdem Ob da nicht Irgendwas bei ist Ich habe nicht In den Müll einmal geguckt Okay Ich habe nichts bei Gut Für uns Dann können wir Das ganze Nämlich Die ganzen Sachen Nämlich verkaufen Das hat ja auch was Bus Haltestelle Ich nehme Ich meine Ist ja nie so verkehrt Ich glaube Die bringen jetzt Nie so die krasse Kohle Davon mal abgesehen Aber besser als nichts Ach was soll es kommen Das einzige was behalten wird Ist der Stein Und die Kohle Kohle ist wichtig Ich verbrauche so viel davon Und Stein Oh nur noch 13 Nur noch 13 mal Stein Oh mein Gott 13 Treppen Entschuldigung Nicht 13 mal Stein 13 Treppen Ich finde Ich freue mich einfach so immens Dass das so gut klappt Gerade Mit den ganzen Mit den ganzen Zielen So gesehen Sind wir ja Im Winter fertig Wofür habe ich jetzt eigentlich Den Preis gekriegt Also Höhleninsekten Habe ich fertig Buddler Habe ich fertig Die Schlangen Für die Schlangen Habe ich das wahrscheinlich bekommen Also es soll hier Im Bergsee geben Wow Fisch kommt klar auf Dein Leben Fisch Komm 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 Bäm Bin ich nicht gut Oder was Ich hab's doch gewusst Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Ich bin die Stadt Wer wollte das scheiß Ding Jetzt haben Willi Der Jute Willi Glück muss man haben Und Skill Ich hab beides nicht Aber Trotzdem Man kann sich trotzdem freuen Ich sollte heute wirklich Den Boden schrubben Ich glaube es bilden sich langsam Algen Sei mir nicht böse Aber ich gehe nicht in dein Haus Nein Nicht essen Hey das ist ein echter Brocken Du hast wirklich das Blut Eines Anglers in dir Kriege ich jetzt irgendwas Geld Gut Und Willi hatte doch nur noch ein Herz Was uns gefehlt hat Und er ist damit auch voll Guckt euch das an Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn Dreizehn Leute Die ich auf volle Herzen habe Yes 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 Also wenn sich der Opa Da nicht freut Dann weiß ich auch nicht Ist hier noch irgendwas So das heißt Wir gehen jetzt aber erstmal angeln Und sparen uns hier Die Eibereien mit dem Mit der Mine Dann kann ich die Bomben Und das Essen erstmal zur Seite packen Och mein Gott Ah und morgen Im nächsten Part Machen wir denn das mit den Weil wir ja noch ein bisschen Übrig haben Machen wir das mit der Meerjungfrau Show gleich Oh das bestimmt auch wieder So ein komischer Bart Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Fisch du kannst mich nicht nutzen Ähm weil wir haben ja Haben 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 Die Ach hier 154 Hab ich mir das aufgeschrieben Ich guck grad mal Auf meinem schlauen Zettel Ja aber ich schreib's mir Glaub ich nochmal ganz sauber auf Mehr Jungfrau Mehr Ich schreib einfach mehr Ich weiß was gemeint ist Wo war sie denn Da 154 23 Ich weiß zwar nicht genau Was wir da machen müssen Aber wir gucken mal Wir gucken mal Was da so läuft Ach während des Dings Hat ja auch der Zauberer Geburtstag Ne Liebte Liebte Geschenke Ja das ist ja nicht das Problem Das krieg ich hin Neh mal so ne Schattenessenz Oder so Mit Schinken 1 2 3 Das Und dann All sie unten Bomben kommen denn mal hier rein Ne Ich hab hier extra mir ein paar Fische aufgehoben Vorsichtshalber Man weiß ja nie Holz hab ich noch genug Jetzt wird's nur noch ein Stein Wir schauen uns an was ich verdient hab Und dann 7000 Ja locker hab ich doch das Geld Was ich ausgegeben hab Schon wieder reingekriegt Okay ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen Ich hoffe euch hat der Part gefallen Wenn ja Dann gebt mir noch einen Daumen nach oben Oder lasst ein Abo da Ich würde mich sehr freuen Und bis dahin sag ich Dankeschön fürs Zusehen Auf Wiedersehen und Bye bye